Ja, ich bin zurück für den dritten Teil. Ich werde mal kurz das Licht anmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, mein Messgerät hier. Also, ich werde es auch nochmal rüber in die Kamera halten. Also, ja, und das steht auf 20 Volt, also 0,64. 0,64, wenn es interessiert. Und, ja, ich werde es jetzt auch nochmal geschwind auf Wechselsturm, haben wir keinen, und ich Wechselsturm runter auf, ah, wir haben Wechselsturm. Und zwar haben wir da ein, ähm, sprich, 10, 10, comma, so 1,2. Bei einer herkömmlichen Batterie, haben wir 1,55. 1,51. Also, ist die Spannung quasi nur in... gepulsten Strom umgewandelt worden, mit dem Verbrauch, hm. Ja, eigentlich nicht das im Spektrum des Chultiefs, aber komischerweise geht eine LED damit, die normalerweise 3 Volt braucht. Okay, genau das werdet ihr vielleicht noch in einem anderen Video erfahren. Tschüss, bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.